Der Betrieb in Wiel ist zuständig für die Regionen Der Betrieb in Appenzell hat Kunden aus dem Appenzellerland, aber auch aus dem Rheintal und selbst Feriengäste aus der Agglomeration Zürich. In St. Gallen wurde 1995 der Grundstein des Unternehmens gelegt und jetzt hat die Baldecker Gruppe mit dem Neubau in St. Gallen einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung gesetzt. Hier finden Sie die Autowelten der führenden Hersteller Volvo und Honda unter dem Baldecker Dach. Hier sind Sie willkommen. Bei Baldecker Automobile steht die persönliche und professionelle Beratung im Vordergrund. Die ganze Familie kann mit dem neuen Auto schon einmal auf Tuchfühlung gehen und die vielen Vorteile entdecken. Je nach Interesse und Kundenprofil gilt das Augenmerk der Beratung eher den optischen oder mehr den technischen Details. Auch bei den neuen Fahrzeuggenerationen mit den umweltfreundlichen Motorisierungen bleiben keine Fragen offen. Und auch Ihre individuellen Präferenzen werden berücksichtigt. Hohe Kundenzufriedenheit basiert auch auf den Leistungen nach dem Autokauf. Kompetente Fachspezialisten und modernste Anlagen garantieren höchste Qualität auch für Service und Reparaturen. Wenn Sie für Ihren Volvo oder Ihren Honda einen besonderen Touch, mehr Individualität und noch mehr Leistung wünschen, ist Baldecker Tuning Ihr bester Partner. Zertifizierte Bestandteile mit Werksgarantie und profundes Know-how unserer Tuning-Experten sorgen für ein Fahrerlebnis mit ausschließlich positiven Überraschungen. Bei der Baldecker Gruppe werden Sie mit Ihren automobilen Bedürfnissen und Wünschen ernst genommen. Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit stehen für uns an erster Stelle. Für Nachhaltigkeit und Vertrauen in die Zukunft steht auch die Leitung des Familienunternehmens. Urs und Manuela Baldecker mit den Söhnen Marc und Yves. Kommen Sie zur Baldecker Automobile AG. Mit uns fahren Sie gut. Heute, morgen und auch übermorgen.